einen wunderschönen sonntagmorgen wir haben das erste mal mal wieder früh am morgen einigermaßen sonnenschein der plan sieht so aus jetzt erstmal in die stadt gehen paar sachen gucken ja nina will auch noch ein paar pullis oder ein pulli kaufen und danach mal schauen euch mit denen im zoo gehe oder nicht ich bin mir noch nicht so sicher wir haben uns jetzt fürs mittagessen die ausgesucht könnte chinesisch sein könnte aber auch ich habe jetzt hier ausgesucht aber ich weiß noch nicht ob ich wirklich die nehmen soll doch ich weiß es noch nicht will ich die für dich nicht ich habe mich jetzt dazu überreden lassen auf dem weg zu den kiwi ist auch viel cool Wahnsinn! Aw, Putt is, weh? Gein. Tschüss Zoo! Und wie war der Zoo? Geil! Geil! Abgesehen davon, dass ich so da gebissen wurde, dass meine Hand quasi nicht mehr steig ist. Hey Guys! Mein zweites Mal jetzt oben und diesmal im Sonnenuntergang in die Nachtsbrück-Rafie.